Best for Soil – Kompost. Praktische Informationen. Hallo, ich heiße Alfred Grant. In diesem Best for Soil Video erfahren Sie, welche Vorteile die Verwendung von Kompost bietet, aber auch welche Probleme bei der Herstellung oder Anwendung von Kompost auf Ihren Feldern oder in Ihrem Gewächshaus zu berücksichtigen sind. Am Ende des Videos finden Sie zusätzliche Informationen zu diesen Themen. Bitte beachten Sie auch die anderen Best for Soil Videos zu Kompost und anderen Themen im Zusammenhang mit der Bodengesundheit. Kompostiertes organisches Material oder Kompost ist ein Produkt, das aus der mikrobiellen Zersetzung von organischen Substanzen unter eroben Bedingungen resultiert. Abhängig von der Kompostierungsmethode, der Größe, der Intensität des Vorgangs und dem Ausgangsmaterial, kann eine Reihe an Komposten mit unterschiedlichen Qualitäten hergestellt werden. Heißrottekompost, auch Thermophilakompost genannt, ist die häufigste Art von Kompost. Er kann in verschiedensten Dimensionen hergestellt werden. Von kleinen Mieten, die händisch gewendet werden, zu traktorgetriebenen oder sogar selbstfahrenden Kompostierungsmaschinen im industriellen Massstab. Thermophilakompost erreicht auf der ganzen Miete mehrere Tage lang Temperaturen von 60 bis 65 Grad Celsius. Diese Temperaturen garantieren die Abtötung oder Deaktivierung von Unkrautsamen und Krankheitserregern im Kompost. Wurmkompostierung ist der natürlichste Kompostierungsprozess. Er involviert epigäische Regenwürmer wie Eisenia fetida. Dabei ist es wichtig, 35 Grad Celsius nicht zu überschreiten, da sonst die Regenwürmer abgetötet werden können. Regenwurmkompost hat die höchste Vielfalt an Mikroorganismen und wird als wirksam bei der Unterdrückung einiger Krankheitserreger angesehen, tötet oder deaktiviert jedoch keine Unkrautsamen. Daher wird bei der Produktion in größerem Maßstab eine Kombination aus Heißrottekompostierung und Wurmkompostierung empfohlen. In der Praxis werden auch andere Kompostierungsverfahren wie die Flächenkompostierung oder die Stapelkompostierung durchgeführt. Die Kompostierung erfolgt per Definition immer unter dem Einfluss von Sauerstoff. Daher sind Methoden, bei denen anaerobe Bedingungen angewendet werden, keine Kompostierungsmethoden, sondern Fermentationsmethoden. Aufgrund intensiver Bodenbearbeitung und anderer Maßnahmen zur Bodenbewirtschaftung ist der Gehalt an organischen Stoffen in unseren Böden im letzten Jahrhundert dramatisch gesunken. Die Anwendung von Kompost kann den Humusgehalt des Bodens signifikant erhöhen. Verminderte organische Bodensubstanz, häufige Bodenbearbeitung, Pestizide und die Ausbringung von Mineraldüngern haben zu einer zunehmenden Verschlechterung der mikrobiellen Vielfalt geführt. Kompost ist nicht nur eine Ressource an vielfältigem Bodenleben, sondern auch eine Nahrungs- und Lebensraumnische für Bodenmikroben. Die langfristige und kontinuierliche Anwendung chemischer Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium hat zu einer mangelnden Fruchtbarkeit geführt. Kompost enthält nicht nur einige Hauptnährstoffe, sondern auch Spurenelemente und Bodenleben, das in der Lage ist, fixierte Nährstoffe aus dem Boden zu mobilisieren. Die biologische Vielfalt ist das wichtigste Kapital der Natur, um die Dominanz bestimmter Arten zu bekämpfen. Als Landwirt und Produzent können sie Kompost nutzen, um die biologische Vielfalt in ihre Böden zurückzubringen und damit bodenbürtige Krankheiten unterdrücken. Was sind die wichtigsten Herausforderungen für die Kompostherstellung und Anwendung? Kompost oder sogar die Ausgangsmaterialien für die Kompostierung sind nicht immer verfügbar. Dieses Problem betrifft auch die Technologie zur Produktion und Verteilung von Kompost. Je nach Gebiet sind unterschiedliche Vorschriften für die Herstellung und Verwendung von Kompost zu beachten. Es besteht auch die Gefahr, dass Verunreinigungen wie Abfälle oder Schwermetalle mit Kompost in den Boden gelangen. Wenn Sie weitere Informationen zu Kompost erhalten möchten, besuchen Sie die Best for Soil Website.